Heute ist mal wieder Tag Time und wir behandeln heute den Tag Wahrheit über YouTube Tag und wir kommen mal schnell zur ersten Frage, die in diesem Tag vorkommt. Das ist, wie geht es dir damit, dass du auf YouTube immer größer wirst? Ja, wie geht es mir damit, dass ich immer größer auf YouTube werde? Es ist ein geiles Gefühl, weil du siehst immer mehr Leute schauen deine Videos und du kriegst immer mehr Kommentare, die saugeil sind von meiner Seite. Ich liebe es und liebe es übelst, deswegen feiere ich es immer, wenn neue Leute kommen und ich gucke mir mal, wenn die Leute die Abos auch öffentlich haben, dann kriege ich ja eine E-Mail, gucke ich mir mal die Kanäle an und deswegen feiere ich manchmal, wie sie auf meinen Kanal kommen. Ja, kommen wir mal schnell zur zweiten Frage. Hast du dir mal vorgestellt, so viele Abonnenten zu haben? Jein, ich habe es mir nicht vorgestellt. Ich habe erst mal gedacht, vielleicht reicht es mal die 100 Abonnenten, aber ich bin jetzt fast bei 300 Abonnenten. Es fehlen mir noch nach dem heutigen Tag 5 Abonnenten, dann habe ich die 300 geknackt, aber ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich so schnell so viele Abonnenten habe, in ein paar Monaten, ich mache das jetzt seit 8 Monaten und habe jetzt fast auf ReuzenTV 300 Abonnenten, das ist schon kramergeil und dafür bedanke ich mich an euch draußen, an euch allen. Ja, kommen wir mal schnell zur dritten Frage. Beantwortest du alle Kommentare? Jein, ich beantworte Kommentare, die mir gefallen, da kriegt jeder einen Kommentar zurück, aber bestimmte Kommentare beantworte ich nicht, wenn jetzt nur ein Wort oder ganz wenig ist oder zum Beispiel Haterkommentare beantworte ich in der Regel auch nicht, außer ich würde zurückhaten. Das kommt relativ selten vor, dann muss ich wirklich miese Stimmung haben. Da muss mich schon Hater erwischen, wenn ich miese Stimmung habe, dann schreibe ich auch zurück, aber das passiert relativ selten. Kommen wir mal schnell zur vierten Frage. Wie gehst du mit Hatern um? Ja, wie gesagt, Kommentare beantworte ich nur, wenn ich schlechte Laune habe, zurück. Dann kriegen die auch die schlechte Laune zurück, aber in der Regel gehe ich damit gut um. Hater, die blockiere ich nicht mal, außer sie verletzt mich so leid, dass ich sie blockieren muss, weil, oder die machen es immer wieder, dann blockiere ich die Leute. Ja, das ist die einzige Sache, die ich mache, aber sonst können Hater auch gerne mal Kommentare schreiben, weil die sollen mal besser werden, die Kommentare halt schon, du scheißt, du gehst, du sterben uns. Das sind so langweilige Kommentare von Hatern, also die sind eben nicht gerade kreativvoll, viele Hater. Deswegen frage ich mich, wann sie kreativvoll wären. Kommen wir jetzt mal schnell zur vierten Frage. Wie viel Zeit investierst du in YouTube? Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal, so in YouTube investiere ich so in ein Video so zwischen zwei Stunden und einer Stunde. Mit Aufnahme und Schnitt und so. Sagen wir mal, zwei Stunden ist das Maximum, also das ist schon das Ende, was ich manchmal so habe, so ungefähr. Weil noch exportieren, schneiden und so alles, das kommt ja auch noch dazu. Dann sagen wir mal lieber drei Stunden, hört sich besser an drei Stunden. Ja, dann kann ich mir eine sichere Zahl sagen, drei Stunden investiere ich so pro Video in meinen YouTube-Videos. Weil du holst dir auch die Ideen und alles. Sechstens, wissen deine Eltern davon, dass du YouTube-Videos machst? Nein, sie wissen es nicht. Sie wissen nur, dass ich auf einer Online-Plattformen Videos mache und damit einen kleinen Betrag verdiene, den ich leider nicht sagen darf. Und mehr wissen sie auch nicht. Aber die finden es cool, aber wissen nicht, auch nicht so, weil sie sich einfach nicht für interessieren. Und ich denke mal, die sind auch schon ein bisschen zu alt dafür, dass die in diesem Online-Medium noch teilnehmen würden. Deswegen, ja leider nein, das wissen sie nicht so wirklich, was ich auf YouTube mache. Oder besser, in der Online-Welt. Aber, naja, vielleicht erfahren sie es irgendwann. Siebtens, wie werde ich erfolgreich auf YouTube? Das ist eine gute Frage. Aus dem Grund, wie kann man so schlecht beantworten, wie wird man erfolgreich auf YouTube? Man kann sagen, man muss regelmäßig Videos machen. Man sollte jetzt nicht so eine extreme Pause machen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochen jetzt eine Pause gemacht habe. Das passiert, wenn man jetzt irgendwie sehr viel zu tun hat. Deswegen soll man keine extreme Pause machen. Man sollte schon regelmäßig Videos haben, man sollte seine Qualität verbessern, immer mehr. Das ist sehr wichtig, dass die Leute auch sehen, er will dranbleiben, er macht seine Qualität verbessern. Das ist meine Meinung, was man machen muss. Aber, wie ich erfolgreicher werde, das kann ich euch leider auch nicht beantworten, weil ich bin ja erst bei knapp 300. Und ich habe ja noch keine 10.000 Abonnenten, also kann ich nicht so viel sagen dazu. Deswegen wird sich dieses noch alles hier entwickeln und ich werde sehen, wie es weiterläuft hier auf meinem Kanal. Achtens und letzte Frage ist, was magst du an YouTube? Ich mag an YouTube besonders diese Kommentarsache, dass mir Leute Kommentare schreiben können, sofort Feedback. Du hast dein Video weltweit online und hast aber direkten Feedback, was man sonst nicht hat. Das ist eben das Geile an YouTube. Man kriegt immer den direkten Feedback von den Leuten, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Das mag ich übelst an YouTube und das wird auch so bleiben oder die ganzen Leute, die immer kennen bleiben. Das ist einfach ein übelst geil und das beste Gefühl, was man haben kann. Das war es auch schon wieder, das Ende jetzt hier. Nicht, dass ich jetzt hier so schnell Ende mache. Aber ihr könnt mich trotzdem hier abonnieren. Hier kommt zu meinem letzten Unnützes Wissen und hier zu meinem letzten Nerdtag. Da ist ziemlich geil wäre der Nerdtag. Könnt ihr mal raufklicken und euch mal anschauen. Ich finde ihn ziemlich gut gelungen. Und das war es mit mir und wir sehen uns schon nächsten Samstag zu Unnützes Wissen.